Und der hat einen Drift gelegt. So Leute, was geht um? Willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Hier vorne sitzt Domi. Moin. Und da ist Michi. Ich hoffe, man sieht ihn. Auf jeden Fall Leute sind wir heute mega spontan und zwar ist es gerade 22.51 Uhr und wisst ihr was wir machen? Wir fahren nach München. Wir fahren nach München. Michi, was wollen wir dort machen? Wir drehen Doki ins neues Video. Ja man, also let's go. Wir sind wirklich in München. So Leute, wir sind in München angekommen. Das ist Domi. Das ist Michi. Wir sind hier in München. Ja Leute, auf jeden Fall schauen wir mal. Wir gehen zum Marienplatz. Und danach schauen wir mal, was das schönes gibt. Let's go. So Jungs, wir sind hier beim Marienplatz. Easy. Und auf jeden Fall ist es scheiße kalt. Aber egal, wir sind hier. Easy. Hier sind wir alles voll mit Bayern Fans. Wenn dort Bayern steht, Alter. Easy. Alles voll hier. Jungs und hier war mal Vizca Barca. Kennt ihr Münzinger. Da seid ihr folglich, Alter. Ich schwöre, beste Trikots. Und auf jeden Fall, da ist Vizca Barca mal gewesen als ein Trikotverlust von Lewandowski. Ich habe leider nicht gewonnen. Der stand genau da. Ich glaube, ich blende einen Clip ein, wenn es geht. So Leute, wir sind jetzt auch schon hier am Rathaus Marienplatz München. Da ist der Münzinger Laden. und weg sind sie. So Leute, genau hier war ich mit Pummelbär. Wenn du das Video siehst, Pummelbär. Grüße gerne raus. Hier saß du. Du weißt Bescheid. So Leute, wir sind hier im Auto. Auf jeden Fall ruhen wir noch ein bisschen aus. Und danach fahren wir wieder nach Hause. Auf jeden Fall benne ich auch an dieser Stelle den Vlog. Wo war es ziemlich geil. Ich hoffe, euch hat der kleine Vlog gefallen. Auf jeden Fall, morgen kommt der nächste Vlog, beziehungsweise am 01.01.2020. Und zwar der geile Silvester Vlog. Also schalte ein. Ich hoffe, dass ich das Video noch heute online bekomme. Also schalte ein. Also ich würde sagen, haut rein. Machs gut lassen. Like zu lassen. Abo da. Und streamt Doka in. Und tschau. Buh. Boah. 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 Bis zum nächsten Mal.